Uttita Ekapada Paripurna Matsyendrasana ist eine Variation des vollen Drehsitzes mit gestrecktem Bein. Raffaela zeigt, wie es geht. Gehört zu den fortgeschrittenen Variationen. Du hast einen Drehsitz und du hast gleichzeitig eine starke Außenrotation in der Hüfte. Das ist also praktisch der halbe Lotus mit dem einen Bein und Drehsitz. Aber anstatt den Fuß über das Knie zu geben, hältst du das Bein in der Luft. Uttita Ekapada heißt ja auch erhobenes eines Bein. In Paripurna Matsyendrasana im vollen Drehsitz eine interessante Variation des Drehsitzes.